mit Wenn ich es schaffe mache ich ein YouTube Video Hallo YouTube Mit äh Schreibe ich dann schreibe ich Hallo YouTube Dann schreibe ich hinten hin Äh Einfach Lachega weil du so fame bist damit ich noch die Klicks abstaube Wenn wir nach deinem Namen gut Guck mal ich hab die Gegner schon eliminiert bevor die Runde los ging Die wollte ich in die nächste Runde reinpacken Schade Habt ihr den Witz gespielt Schade Das wäre einfach viel cooler wenn Das wäre viel cooler wenn wie ein Overwatch oder so Am Ende das Siegerteam einfach dran steht Und alle gleichzeitig ihre Emotes auswählen können Dann machen können so im Endscreen Das ist So ist es dauert einfach unnötig lange Die neuen verlangen Perfektion Wohin? Wohin? Ich geh links Immer links eigentlich Als Gehen wir als Team Ich geh hinten rum Komm da einer Wir kommen von hinten Noch ein zweiter von hinten Danke Patrick Jungs Da wären wir schon zwei Geflüge Links Links Push vor Push vor Muss die Blitz nicht anpacken Achso kann ich nicht Im Puls ist viel stärker Ach kannst du nicht ne? Die Flankern hatte gerne Ich werde den kompletten Raid nicht hochladen Von Leviathan Ich mach nur die Highlights Oh da ist ein bestimmter Lachflash drin oder? Wo wir nochmal neuer geflogen sind Ja nein Nur Also nur die Bossgegner Nur das Kill in der Boss Da hab ich Endlich Na die gehen B-Blenden Ähm Warum sag ich immer A und B? Nach der Gewohnheit Ja die Darcy ist echt krank ne? Die Darcy ist absolut krank Die hat so ein krasses Auto Ich kann gar nichts neiten Leute Ohne Witz, ich kann es nicht Die Darcy hat ein krasses Auto ich mir nachher das ist das ist die exo sniper da ja es geht auch das ist ihr exo perk was sie mir auch wenn du ins visier ist warum solltest du nicht ins visier gehen aber okay man muss dann aber scannen damit okay gescannt habe ich sie auf jeden fall nicht ja ich hasse das so wenn du schon lange wieder weg bist und trotzdem was ist das ist los ja noch mal probieren mich zu holen wenn du links um gehst dann aber es noch einmal da gibt es hier alle vier weg jetzt versuch jetzt so kennt was hat gehört sie über die ganze schärfen hinten kommen nach hinten kommen ich würde sie gerne ansagen aber man sieht das ja nicht mehr rechts zu dir links von dir links von dir nein scheiß lebensregeneration wenn das nie zu einer und dass die einzelne sind bekommen ja ich weiß schon wirklich mehr nach wir haben die ladung entschärft die speed schlafs gut einfach die schweiß ding drinnen das blend kann hat gehen wir jetzt schock rechts haben wenn sie links planten dann klatschen wir komplett weg alles klar die kommen zu halb entgegen die hauen ab und der eine schippe dennoch im sparen oh mann ich habe kein aiming ich habe das frau mann ich habe das frau mann ich habe ich schon vergessen wird aber so fucking lang dauert jetzt das ganz hinten durch ich habe das sniper den hole ich damit ne er steht hinter dieser gelben säule ich sehe nicht ich habe gar nichts getroffen ich packe mir gleich die das hier an die geile das was habe ich jetzt gemacht nein ich bin so ein idiot die kommen links du kommst du kommst du kommst einfach nicht durch die solarne ich hole kurz die er kommt hinter uns machen die heavy hatte kreuz geht auf heavy hat der schwarze ein fußi hast du ihn haben er hat das sind doch noch fußi der andere könnte wieder den wiederbleiben hast du goldie patrick eigentlich oder spielst du mit nightstocker explosion genau axel der andere contain warum das wurde ja einer kann auf den rest gehen einer kann auf den rest gehen oder eine krisse für alle wirklich im mieter lehrer wichtigeres ich habe eine frage warum er sich nexus gaming auf absolut kein aiming ich schau sieg sie ich reimt auf schaue schafft nix die auslösungsmedaille was das für eine waffe ist das ist die das automatikgewehr von osiris die auslösungsmedaille die auslösungsmedaille absolut mächtig das ding absolut mächtig das ding einfach mal ein chat geschlossen alles klar so wie klein richtig geblendet links nein ich musste nachladen noch ein feind bleibt versionsgewehr hat der affen ja galaxis ist nicht osiris sondern neun ich habe nicht einmal meine super du hast demonstriert wie schön zerstörung sei ich bin über sie gekommen achso das ist in Ordnung du hast echt nur scheiße im kopf ne also einfach nichts anderes platz bei denen wäre ne du hast eine lahme leitung wir haben bescheuerten einer mit einer lahmen leitung einer der nichts trifft und dann einer der die kills macht in der gruppe ist das ist gut auch gedacht der sagt macht die augen auf macht endlich auf und so macht alles heuchelt ihr seid sklafen des kapitalismus ja 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 ich bin hier und tanze 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 super ja überleg dir mal wirklich ich bin hier und tanze 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 sanze ich bin hier und tanze 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 Schau sie. Mit dem mach ich ein Dance Battle. Rechts rum. Ich guck wozu sie hingehen. Ich guck nur in der übernimmt. Die kommen hier. Alle rechts. Oh fuck. Noch einen Monat warten bis die gute Version von Destiny 2 kommt. Warum kommt da ein großer Patch oder was? Nein da kommt die PC Vision. Ach wirklich? Es ist auch ein großer Patch. Also ich werde es ja auch auf PC spielen und ja die PC Version sieht besser aus und so. Einer hat heavy. Aber die gute Version für dich von Destiny 2 wird immer diese wo alle deine Kollegen da aufspielen. Rechts. Noch einer. Ja. Es sah gut aus aber sehr gut aus. Bis hat sich auf einmal weggehört. Ja. Steal Punkte 10 von 10. Effizienz 5 von 10. Ich weiß nicht. Ja. Workblood in Servus was geht. Konnte mich zu nem Carry bewegen. Spaß. Alle vier dort. Ach du scheiße. Es sind echt alle vier. Achtung. Ja was verstehst du nicht unter alle vier sind du? Ja aber ich habe einen Platz. Da stehen nur ein bisschen verteilt. Easy. Gewecki. Klatscht die Oshis ey. Ich komm über sie. Jetzt wo ich die Sniper hab. Jetzt wo ich die Sniper hab. Jetzt wo ich es mal geklaut ne. Jetzt wo ich die Sniper hab. Jetzt wo ich es mal geklaut ne. EZ Carry Jungs. Jungs werden den Carry von Throw6. Lachinger geht ab Leute. Habt ihr gesehen? Sogar der Chat sagt. Easy. Easy. Die Doppelnate kommen und Marc ist gut. Ein Gegner steht noch. Weißt du noch, dass die Eiser in Jahr 1, in Trials, haben wir zwei Arcusnates vorwerfen, ganzes Team geholfen. Muss einen Arcusnate vorwerfen und dann haben wir mit Falken und dann schließen wir mit der Tür. Ich kann mir nicht mal die Pillen Lachega geben, die bringen nix mehr. Er ist mir mittlerweile so Resistent geworden. Lachega stinkt nach Einhorn, Pups. Nix Neues. Dann spare ich mir das Kommentar dazu. Der Team Shot. Lachega out. Der hat eine Wand aufgestellt. Du kannst mich holen. Jo, es bricht einfach ab. Danke. Ich hätte in die Füße schießen. Und hol still zu Welt. ja komm jetzt mann erschlägt kein einziges mal so er fahrt einfach durch ja das war abdenkung das war taktik das war reine taktik das war so ist genau wie gerade wenn wir sagen können wenn die alle tot und genauer unten x-perfect-aims gerne lacher der rennt nach hinten weg. Gerne Schausicks. Ey, Magic Beats, du absolut nicht Magic mit deiner Mieder. Nichts Magic an dir. Absolut Casual. Nichts Special. Schiegt sie weg? Ey, passt, 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 passt. Schäckler. Ich finde die Prüfung der 9 eigentlich gut, dass du bei 3,5 und bei 7 was kriegst. Das heißt, da kann man auch normal spielen und schon recht früh was kriegen, wenn man nicht so gut ist. Was ich nicht so gut finde, ist die bescheuerte Geste, die man am Anfang da die ganze Zeit macht. Ich finde die total genial. Ich finde das bestes Featuren, das ihr zwei. Ey, Bullshit, das ist etwa so wie der Bau, ne? Warum gehen wir nicht einfach nach rechts und... Planten da, bin schon unterwegs. Aber... Warum gehen wir uns eigentlich da abwürdig? Willst du die Power oder kann ich? Ich würde ganz snipen. Naja, nimmst du. Oh fuck, ich habe die Traktorkanonen drin. Ich würde ganz snipen. Egal, dann würde ich den halt Out of Map gerne schucken. Die Traktorkanonen ist ja kacke, ne? Dankeschön. Zeig mir mehr davon. Es ist... Es ist... Also... Ohne Witz. TRIALS OF THE NINE In diesem Modus. Egal, ob es die Map ist oder eine andere Map ist einfach ultra einfach. Wenn du angreifst vor allem. Ähm... Du gehst als Vierer-Trupp auf die eine Bombe, wenn sie da stehen. Als... Als Vierer-Trupp, dann wechselst du einfach auf die andere. Und wenn sie gesplittet sind, dann pushst du einfach durch, weil du die Überzahl hast. Es ist ja... Es ist so einfach. Wir haben deiner Stärke nichts entgegen. Du... Du kannst als Angreifer eigentlich nur gewinnen. Nö. Wir sind gerade Verteidiger. Ja, wenn du gleich gut bist, meint der. Achso. So, ich mache jetzt das Beste, was man machen kann in der Situation. Gute Idee. Du hast demonstriert, wie schön Zerstörung sein kann. Und das Ding... Das Ding ist auch, warum die das jetzt gerade nicht machen konnte, ist... Die... Die sind nicht früh genug rotiert und wir haben die einfach weggepusht. Natürlich verliert man gegen bessere Teams, wenn... Wenn die einen wegpushen, aber... Äh... Wie Next schon gesagt... Aber... Perfekt... Unterstrich Aims... Ist klar. Und X-Magic Beats. Hauptsache Schwitzernamen. Aber nicht mal 1000 Schaden insgesamt machen über 6 Runden hinweg. Muss was mitbekommen. Das bin man halt ich. Das bin man halt ich. Mach mal rein. Vielleicht quittend aus Mittlack. Geil salutiert man. Und... Hahahaha... 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 Wo man immer sagt... Wo man immer sagt... Ne, ich kenn den gar nicht. Hahahaha... Hahahaha... Sie neun verlangen Perfektion. Nö, ist klar, Predo. Hahahaha... Die gehen B Blenden. Also... Warum sag ich immer noch B? Unten. Oh... Einer ist so weak. wie sie auf einer geradeaus noch einer geradeaus los ich wollte ich jetzt ich hab so eine geile traktor kann ohne für den ich wusste dass sowas kommt und dann dreht er sich noch so von rechts da wird gepläntet einfach einer von euch und von mitte auch von hinter uns wo ist denn jetzt bei einer korte jetzt da hinten sagt der mittelsmann ja ich habe er ist wie es ist wie grenzen sparen luis geradeaus geht aus vor dir das fort ist los ich kann die leiche rum schießen ja die traktorkanon ist absoluter leichenschänder ich komme da ja gute net noch bessere net es los 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 rennt weg ist weg regeneriert renzo b also b und warum sag ich immer p danke ich glaube machte gewohnheit von anderen gehen ich hab ich hab nichts getroffen ich habe ich habe den einen ich habe den daumen so komisch auf dem stick weil ich gedacht das ist schon vorbei alles gut gut die bergung nicht mister blackmail und ich nicht ich werde b planten naja kann mir rechts von genau auch die scheuße auskommet ich habe da sitzt noch auf die bau einer kopf ist ultra low ist ultra low ich sehe das Thumbnail schon, sag auch rein, Nexus. So ganz schlecht mit einem Fotogeschoppten Bild. Schwert in die Hand geht. By the low, by the low, by the low. Okay, mit dem Automatiker nichts getroffen, zack auf Schwert gewechselt. Im falschen Moment gerade. Scheiße. Absolut, Leon, ja. Richtig Black. Hab ich aber auch schon im Stream gesagt. Bedeutung. 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 Ich geh in unten. Was hast du für ne Premiere drin? Oder was ist das für ne Waffe? Baaah, fuck. Merger. Bedeutung. Ja, geil. Ne, geil. Das ist die aus der Beta. Mit leeres Schaden. Ja, die habe ich noch. Oh, mach. Das ist wieder der mit der Cote, ne? Den geh ich mal ein bisschen ab. Aber Hauptsache, der Typ, glaub ich, ist immer als letzter geschraubt, steht mal ganz hinten. Da weißt du wie er das geschafft hat. Ich glaub, er hat ne 2,2er gehabt auch vorher. Schau mal, was er danach hat. Ja, das wird nicht so, das wird nicht so viel ausmachen. Doch, doch. Aber du siehst ja schon eine sehr spielweise, dass es darum geht, dass er schon wieder ganz hinten auf der Map steht und die Leute anschießt. Und ob es dein Team jetzt, die machen auch mal geil. Dann kannst du dir gute Steps schimmeln und dann damit angeben. Das ist ne Gegnerisch. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab' mal Prefire entschaußig. Mach' einfach weiter. Wo was für ne Mauer? Einer ist an der Bombe der Entschärft, ne? Er hat Entschärft. Er hat, boom. Der hat er nicht. Es bleibt noch ein Gegner. Er hat er nicht, der hat One-Hand gemelillt. Alle Gegner besiegt. Zeig mir mehr. Hat er dich gerade noch nicht gemeldet oder hat er uns noch einen Collateral gegeben fast? Der hat uns Collateral mit der Pumpgun und mich dann tot gemeldet. Hab' ich schon gewundert. Ich hab' schon geglaubt, das ist die... Ihr seid in der Quest von der Kabal Shotgun. Beide gleichzeitig. Ja. Ja, Chaos kann man ja schon mal als Kabal verwechseln. Durch das 2 Liter ohne nachzuladen, alles klar. Das ist der letzte Quest-Schritt übrigens. Die kommen unten. Mh. Ein Gegner steht noch. Urteil. Weißt du, Patrick? Hättest du auch noch einen YouTube-Channel? Dann können wir jetzt Hashtag... Hashtag YouTube Destroyer Team machen, aber... Ich hab' noch immer Hashtag August Brüder drin. Ich auch noch in jedem Stream. Das geht auch das ganze Destiny 2 durch. Bis zum ersten DLC. Ich hoffe, ihr habt euch gute E-Mods reingepackt. Ich hab' nachher einen guten. 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 Ich darf' ihn nur nicht vergessen zu wechseln. Okay. Der ist so dumm. 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 Derutet Auckland E-Modsten. Weil du cafes peux. Von dem 세상... ンナsten handy, die ist ¡Mod clones! Wo ist die 3er-Quote jetzt, mein Freund, hä? Wo ist sie? Sag's mir! Deine Aufgabe ist nicht erledigt. Sie wurde entschärft. Kann jemand aufhören, den Finger in den Flaschenhals reinzustecken und wieder rausploppen zu lassen? Ja, ich weiß, dass das mit deinem Mund gemacht ist. B, B. Es ist nicht gleich links, links hast du nur ein oder zwei. Vielleicht jetzt links oder rechts bei dir, B, Schausicks. Ich bin tot. B ist bei mir unten. Weil kommen wir vom Raum. B? Durchgang. Zwei sind so ultra-weak. Ja, noch mal ultra-weaker. G, G. Komm vor, komm vor. Ey, sind wir in Osiris oder was? Ich hab doch diese Prüfung in der Nein. Direkt mal hier. Abgeh... vom Spawn. Das war echt krass. Abgehend den Rczech, ja. Ich bin halt nicht, wenn ich Snipern ne hab... Ich glaub ich da zuerst Prüfung wäre Nein. Ich besche mir von 0-4. Ich blocke. Munition ist kaputt und dann, dann fall ich nach zurück. Achja, noch mehr Auffall geht nicht mehr, ich nehm ja was anderes rein. Die Waffen bekommt man bei 5... Kann man bei jedem Sieg bekommen. Bei 3, 5 oder 7. Bei mir unter rechts. Die sterben auf jeden Fall, also einer auf jeden Fall, der ist ja Slippery mit der 3er Quote, der ist ja da schon viel ausgekommen, ich mags von hinten, lass die da kommen, dann komme ich über sie. Es steht direkt neben mir da, ne? Ja, jetzt! Ein Gegner steht noch! Hinten! So ist das denn, bevor ich bin. Slow. Slow, 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 Slow! Ja. Wo ist denn 3er Quote? Alvin, alles gleich. Oha! Dann die ne gute Nacht. Dein Feind ist nicht mehr. Ich muss wieder off, hab Mist gebaut. Bullet, was hast getan? Er ist doch off. Schalt an! Ich geh mal nach rechts. Rechts sind auf jeden Fall Gegner. Links sind noch mehr Gegner. Rann weg, rann weg, rann weg. Ah, ich komm weg. Ich bin... Ich bin... Ich glaub rechts ist noch einer, oder so? Mal, Hammer. Blenden, blenden, blenden. Na, die kommen hinten über unseren Spawn. Sie ist scharf. Er hätte der Sniper mal nie durchgekriegt. Das war der mit der 3er Quote, ne? Nein, nein, LM irgendwas ist der. Das war letzte Runde mit der 3er Quote. Das war letzte Runde mit der 3er Quote. Entschuldige. Seine Eckquote kurz mal halbiert. Genau. Ich will mal gucken. Aktuellisiert die live. 3,47. Ah, nein, nein. Ja, wer ist 3 Call? 4,3. Hat hit. Hat hit. Hat hit. Alle 3 low. Alle 3 low. Louis hinter dir. Hinter dir. Links, links. Ja. Ich hab den gut abgelenkt für dich, Louis. Ja, passt schon, Schau. Ist schon okay. Danke. Ich find's auch scheiße, dass man die Zeit nicht sieht, wenn die Bombe geplantet ist. Ja, das ist so behindert auch. Ja, ich mein, bei COD Sabotage siehst du das ja. Bei Counter-Strike auch, bei Battlefield auch, überall. 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 Den sind alle links, glaub ich noch. Der ist weak, der links. Noch ein anderer. Hat zwei Hits. Einer kommt B. Einer kommt unten. Er tanzt einfach, er hat schon aufgegeben. Sie ist scharf. So Bullshit. Ich hab ihn, ich hab mich schon wieder gehittet mit dem Blade, aber er hat einfach wirklich nicht fahren. Nein. Nein. Ich wurde gebodysniped vorher. Den Türsteher. Ich glaub, eins vor Mark, Carlos, sehen wir, äh, weak Platin. Zwei vor, jetzt gleich mal gewonnen. Also, nach dem Match eins vor, ja. Macht ihr da ein Dance-Battle, ihr beiden? Ja, ich hab ihn gerade mit. Ist er unbesiegter. Ist er, ist dieser Text gerade rausgegangen? Ja, ist gerade rausgegangen. Mann. Nein, er ist seinen Sprachkanal gegangen. LOL. Er hatte wohl, dass wir beleidigen. Nein, 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 ich glaube, er ist rausgegangen aus deren Chat, deswegen hat er beigetreten. Er denkt sich so, ihr seid voll scheiße und ist rausgegangen aus deren Party. Meine arme Dreierkot. Ist wahrscheinlich diese eine Scheiß-Tanz-Wurm mit dem Arsch nach links und rechts wirklich. Kommt der nächste Video. Tot, Anne. Ich hab's nicht, ey. Aber dein Helm müssen wir noch... Luis, dein Helm passt zu dir. Schwachkopf, oder? Swiss Squad. Merci Bercht, merci, merci. Da schreibt jemand in einer anderen Sprache in den Chat. XCHBestu. Er schwärzt ja deutscher Vogel. Ach was! In einer anderen Sprache. Die weiß man nie. Einer ist hier eingesperrt. Ich geh planen. Irgendwas kommt von hinten. So, Max ist so. Ha, schau sie. Ey, wenn man brennt, kann man die Power immer nicht aufheben. F***. F***. Ich wollte ihn unbedingt snipen. Aber nein. Der Gegner steht noch. Stell deine Mauer einfach. Pass auf, schau, 6. Der kommt auf. Stell deine Mauer auf die Bombe. Ok. Spiel auf Zeit. Was will ich machen? Dann können wir gleich auch noch mehr brennen, natürlich. Die Mauer ist aber nackt, ne? Ja, überleg mal, du machst das mit 4 Titans, du plantest einfach, stellst die Mauer fertig, Runde vorbei. Links, rechts, hinten, vorne. Ja, so'n Kreis macht ihr draus. So'n Security-Kreis. Was? Hm. Ich hab hier unten, links, unten. Hier unten, ja. Na ja, die gehen noch direkt, direkt weiter. Die gehen durch, ne? Ich würd mich über echt heftigen Support von euch jetzt freuen. Danke für den Support. Ja, ich bin, ja, ich bin des Todes. Gleich alle vier vollgepusht. Soviel zum Support, RT weckt mich. Links von dir noch raus. Ja? Ja, überall. Easy. Chelsea ist ein Frauenname, Mann. Wir lassen uns doch nicht von einer Frau hier besiegen. RT weckt mich. Ist okay. Kann auch Frauen gut spielen. Ja, ja. Was? Ist sehr geil. Kann doch auch Frauen gut spielen. Ich weiß nicht, was sonst Problem ist. War voll ernst gemeint. Ich bin voll der Feminazi. Warte, ne, warte. Einmal. Nein, nein, war schon richtig. Links komplett voll. Madame Lachega. Oh ja, schmeißt halt wieder beide ne Nate vor, anstatt mich in den Gunfight zu zwingen. Irgendwer kommt hinter mir. Hinter uns. Twitter gefallen. Ja. Peek doch mal. Ja, genau. Ey, bei mir, bei mir, bei mir. Der andere ist hinten. Bei mir geht er gleich planten. Er ist diffusen. Ich kann diffusen. Schön. Der andere steht auch noch da. Er diffused noch nicht. Das ist die Zeit. Jetzt hast du. Er geht jetzt links rum, links rum. Kannst mich holen eigentlich. Zwei Schritte nach der anderen Reihe. Und links rum. Ich lasse mich aber töten. Er kann nicht. Er muss nämlich diffusen. Das kann er nicht mehr. Das war ein Killer, aber es ist doch egal. Einfach ein bisschen schütteln. Soll ich dir sagen, am Ende hat er ganz knapp noch den Super gegen diesen Kill und dann töte er unser Team im Unentschieden. Dann ist alles deine Schuld. Beteil die Gong. Noch eine Hälfte? Danke für dich. Ja. Die kommt. Rechts einer. Rechts. Stammt. Schön. 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 Der sieht jetzt richtig krass im Killfeed aus, aber hat er beide One-Shot nur geholt. Ja, der andere war aber Fuller, der letzte. Ich hab das noch mit dem Schweißen von der Blitze noch nicht so ganz heraus, wie hoch ich zielen muss. Ich spiele einfach Impulse nicht, die ist viel stärker. Wir können einfach wieder rechts rum gehen, ne? Ja, lass mal. Ja, lass mal. Ne, nicht allerer. Ich mach Cut, ich change Cut in meine One-Direction. Lol. Nein, das stimmt irgendwas nicht. Because I'm a believer. Du alte Schabrake, ne? Ja, komm jetzt. Hey, ohne Witz. Ja, komm jetzt. Hey, ohne Witz. Schaff, was wir laufen. Guck mal, die sind aber auch in Fireteam, die sind alle im selben Clan, die spielen safe schon seit 1000 Wolves zusammen. Sie haben die Ladung entschärft. Das ist Makelos im Limbullet. War klar, dass du jetzt bei Nexus nicht findest, aber... Sag die 06er. Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Das ist meine erste Negativrunde übrigens, wenn du siehst, deswegen darf sie so nicht enden. Deswegen muss ich jetzt einen Quad Kill machen. Easy. Mit einem Burst. Ich geb nur einen Burst ab die Runde. Ah, von uns hier gehen links ran. Ja, die planten bei B. Warum sag ich immer B? Ich bin schon durch. Haben wir ein paar Nades für B? Ja, warum sag ich immer B? Pass laut, da steht ne Mauer, wenn ihr aufs Spot kommt. Gold, rechts. Ah, Goldie ist noch ganz rechts, Achtung. Ja, genau. Nein, stopp. Nein, stopp. Ja, dabei stehen noch hinten durch. Nice, Luis. Nice, Luis. Nice, Luis. Entfernt, stopp. Wie viel wissen schaffst du noch? Muss ich allein noch machen? Ah, ok. Sorry. Hab easy gedacht. Ich hol mir die Power-Amo links und komm dann von ganz links flank sie und snipet die einmal weg. Und dann hab ich das easy gemacht und sie weggeclasht und sie gefickt. Und jetzt hab ich die Runde geholt und jetzt bin ich wieder positiv. Nice, danke. Wir haben was? Ne, ich bin doch nicht positiv. Ah doch. Ganz neutral. Reif an! Rechts? Ja, lass mal rechts gehen. Wir sind beide geblitchnated. Ja, Arco ist geblitchnated. Ja, Arco ist geblitchnated. Das Zigzag-Gaming, hä? Oh, schade. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, schade. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ach, Mann. Ja, ich bin die ganze Zeit Low-Level gewesen. Ich werd von allen Sandnehmer getroffen. Der hat einen Schlag abgekriegt. Ach, come on. Zack, 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 zack. Ach, du Scheiße. Refuse. Erf mir mal. Erf mir bitte. Erf mir mal. Erf mir bitte. Da unten. Die haben noch einen Golden Golden. Ach schon. Ich hab's super. Egal, ich hab nen heftigen Arx-Strider. Ah, die kommen, hä? Die können mich nicht countern. So wie den Strike. Easy. Reimgott. Gold, ne? Schassix. Weg da. Ne, hab ich keinen Bock drauf, weg da. Entschärfe sie. Er braucht zwei Gold, ne, für mich. Schade. Geht er trotzdem nix. Doch, weil er euch jetzt nicht bekommen kann. Ihr habt auch noch alle super. Zwei zumindest. Drei zumindest. Jetzt habt ihr alle super. Ja. Ja. Ey, so ein Scheißweiß, Mann. Boah, die. Oh, hol mich. Schau, siehst du, hol mich? Ja. Oh, Kinder nicht. Was, wo, wie, wo, wann? Du bist grad voll über mich drüber gesetzt. Hm. Egal. Eine Runde lassen wir den. Eine Runde. Damit sich ganz so scheiße aussieht für die. Ja, wir haben jetzt drei Runden gegen zwei. Ja, lass uns jetzt zu oben gehen. Und du ist halt die Runden. Welch? Es sind drei Golden. Ja. Wie zu erwarten. Irgendwas von hinter uns, Mann. Ich plante direkt. Ja. Bitte einen Titan, oder so. Ja. Golden hinter uns, Golden hinter uns. Sind zwei Weak dahinten. Auiuiui. Lecker. Aber. Die letzte ist weak. Das ist der vorletzte, ist es. Der Gegner steht noch. Der ist als fort. Urtrag. Easy, Jungs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist das. Zeigert. Hier. Nochmal. Oh mein Gott. Dramat. Fuck! Das ist mir negativ. Alles gut, ja. Bei dir auch. Sonst wärst du jetzt schon... jetzt wärst du einfach schon rich. Nein, ohne Spaß jetzt. Ne, aber ähm... Ne, hab ich auch gemacht. Aber was folgendes ist, ähm... Na, immer noch der Scheiß. Äh... Die ersten, zweiten Teppen. Da kommt der Stimmungskiller. Wir sind aber auch der schwarze, der ist zu ranken. Ja. Ja. Und der Deutsche soll das hier erzählen dazu. Die Deutsche gehen ja bekanntlich auch zum lachen in den Keller. Oh, ruhig Jungs, ruhig. Komm, ruhig durch. Oh, der Tanz war so heftig. Der jubelt schon über seinen Anlagen. Der Jahr eins... Und er übergibt sich. Würde ich auch, wenn ich schaue, sich so nett zu sehen. Ne, beides ist schlecht Tanzen. Ich muss einfach alles sagen. Die sind... Die sind... Okay, doch, die gehen. Ja, genau. Ich rutsche und mach dann das... Ach, komm mal zu mal. Die gehen da unten. Na, die sind grad gewechselt. Die spielen alles Akkus-Fokuser eigentlich. Akkus, egal. Ist doch kein Prestige. Es bleibt noch ein Gegner. Es bleibt noch ein Gegner. Da ist ja der Richtige. Alle Gegner besiegt. Freund, Freund, Feind töten. Ja, schauen Sie, es kam so aggressiv in die Ecke gesprungen. Jungs. Ja, ich wollte den zerreißen. Zerreißen. Reicht an! Mhm. Dein, den, denz-Bett, äh, denz-Bett. Ja, bbbbb. Haha, 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 haha. Ist klar, Gehirn. Danke dafür. Lass runtergehen. Kommt runter. Kommt runter. Ja, eh, 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 eh. Ääh, ich schaff's noch, jawohl. Ich schaff's noch. ist gar nicht jetzt ist wieder rechtlich nach einer links gehen links 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 außen da ist noch ein zweiter mein pump in der mittel auf dem spiel in der mittel auf dem spiel nun das ist einmal immer die impuls nicht am start ein bisschen zu hoch werfen auch immer alle 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 den dort vorsicht links oben treppen wo man macht das scheiße sicher im land links oben treppen ist er hat er steht im rift steht im rift kommt vor kommt vor warum haben wir sowas in jahr drei nicht mehr gefunden jetzt spiel noch viel mehr weil sie auch belohnungen trotzdem bekommen auch wenn sie ja ich habe mir auch selber klären dann kommt ja eben das ist so ich mache gerne auf erklärbeer wieder unten gehen also wieder unten 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 ich bin schon am planten du brauchst wieder extra ich mache das immer mega hart nie wenn ich hier plant da sind aber ab machen wir primär waffen kielsen da jetzt jetzt komme ich jetzt kann nachdenken doch ja ja weil alle auf die scheiße weißt du du stehst da das schaumschützengewehr munition um und dann rennst du das wie man diese lache ecker keine leute botet man im chat ob ich ein hate video gegen nexus machen soll dass die zwei server werden können die die da sind schon am ersten tag scheuels ist das sind oben 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 alter die blitzen nexus lässt mich absichtlich sterben nexus machte voll auf ehrenmann sagt so ich t-beck nicht ich t-beck nicht aber dann t-beck damit seinem kopf schaute meine leiche an geht noch runter damit es gesehen hat mit seinem kleinen finger getebackt hast du alles klar das ist lache ecker ist sie ich kann man mal machen wir haben wir machen und wieder unten gehen oder noch ich geh schon ich soll nicht wegrennen los ich hab gar keine ganze zeit dass die zwei server kontaktiert ich hasse die meter die nach um die ecken töten kann rechts rechts da kommt links noch einer rauskommt links drei ja drei die sind so scheiße ne dass sie das nicht umwerken nein schade ja sind halt drei ne jetzt halt schwierig verteidigung das jetzt nicht hören ich hab das nie ob ich jetzt in somat automatik oder impuls in der hand ist das mein nexus alle gegner besiegt ihr habt drauf heftiger call ihr lasst uns links gehen die gehen jetzt sicher unten und das ist egal die gründet man kriegen den fettnachstheiler von menschen die gehen allerdings alles klar digger hinter kompletter frauen finden mein apparat ich bin gerade unten alle drei und alle drei von hinten über die mitte das ist lustig wenn er jetzt stirbt ne müssen noch mehr kommen ein gegner das ist aber wieder mit dem wenn er da nicht ne da ist nachher dem boss nicht wieder blieben das stimmt das wird der füllen lassen bisschen hoffnung Ich hab nicht mal geschossen. Das war klar. Lass ihn ein bisschen Hoffnung. Ja, das war ja easy. Gar kein Problem, Digga. Alles klar, Digga. Frauen finden mein Apparat, Digga. Denn ich bin YouTuber und kein Mathematiker. Ihr habt wirklich alle das Gefühl, ihr seid ja alles ein Ficker, ne? Nein, ich bin Mathematiker, hast du nicht so gehört. Ach, scheiße. Ja. Besen? Du meinst, das ist ein exotischer Besen zum Verkauf? Ja. Dann kann man dem Putzrot helfen, den Turm zu putzen. Das ist ein secret Meilenstein, ne? Ey, Alter, ich wette, ich wette die... Ich wette, wenn du die Exo-Quest abgeschlossen hast aus dem Raid, kriegst du... so einen exotischen Besen einfach so. Als Sparrow. Ich wette mit euch. No Joke Bullet Rain, auf Insta heißt ich Pussy Destroyer 21. Das ist kein Spaß. Ist das wirklich, oder? Ich habe mich letzt umbenannt. Wir hatten... Wir waren Shisha rauchen und da haben wir uns so gedacht, irgendwie... Ich weiß nicht mal, wie wir auf das YouTuber richtig gekommen sind. Irgendwann haben wir gedacht, wie behindert wär's, wenn man dich einfach Pussy Destroyer 21. Aber ich gedacht, gut, das mach ich. Hab ich gemacht. Wir sind deine Zeugen. War klar, was du dann machst. Klar. Anscheinend ein Kennedy. Wenn wir winken... Lass mal auf, dann winken. Power Armor. Das wär's, ne? Hä, war hier keiner Emo? Doch. Ich geh mal von hinten bei des rein. In der Hume. Esig. Oh, ist aber one shot, der eine. Ein Gegner steht noch. Sie ist scharf. Alle Gegner besiegen. Wir haben's drauf. aber kannst du dich einfach auf snapchat stattdessen add'n bullet heißt ich louis die libelle ich werde besser im granaten werfen ist das denn dein ernst mit dem arkus fuder was meinst du das ist mein ernst wenn mein arkus fuder ist ja gibt es plus ganz vieles und sind es die zwei geben in destiny 1 gab es nicht ganz so viele aber schon also mehr als bei cod zum beispiel aber dass die zwei soll das häufiger der fall sein bisher sehe ich echt kaum ein balance grund auch außer vielleicht die meter aber das liegt glaube ich einfach daran dass sie wieder so oft benutzt ist weil jedes weil die so verfügbar ist weil jeder sie einfach haben kann na komm genau naja nehmt du nein 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 sie dürfen es gut das sind da sieht man dass sie ein höfliches einsatz so sind und wäre ich da gewesen wäre was dran stehen geblieben ist so scheiß egal ich habe da auch einfach genommen Leuuuus! Musste ja auch mal Kill reinschneiden können, ne? Nein! Nein! Beim Teleport hätt's geschafft! Warum? Gibt es eigentlich bei Destiny auch Balance Patches? Sie versuchen es, ja. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Nein. Nein, er fragt, ob es gibt. Warum? Nicht, ob nötig sind. Das ist die Frage beantwortet, ob nötig sind. Ja, ich habe auch gesagt... Ja, Teamshot. Ich habe auch gesagt, dass es in Destiny 1 schon welche gab. Nicht ganz so häufig, aber... Schon doch häufiger als bei COD. Aber doppelt hält besser. Ist in Ordnung. Sei dir gestattet. Ich finde, dass der Leviathan Raid eigentlich ein richtiger Raid ist. Nicht so ein... Möchte ich ein Strike wie alle anderen. Ich finde das gut. Nur, ich finde... Mir fehlen die... Wie alle anderen? Also, ich finde jetzt... Die Verlinkungen von den Waffen sind auch zu Destiny 1, meine Damen und Herren. Ich habe noch keine Destiny 2 Videos gemacht, was Waffen-Reviews betrifft. Also, ich finde jetzt... Also, ich finde ehrlich gesagt, dass Oryx ab und zu absolut kein Strike ist. Aber... Wir sollten eine Dreiviertelstunde drehen. Wir fehlen... Mir fehlen einfach im Raid... Äh... Zwischen- oder End-Bosser. Hä? Warum war das wieder Full-Life? Rift? Komm, wir unten. Ne, war ein Titan. Und ein Jäger. Die konnten da kein Rift schon. Nein. Sorry. Egal. Da lauert Angst. Da wird easy. Oh. Also, bei Krotha gebe ich dir absolut recht. Krotha ist absolut ein Strike. Krotha ist sogar einfach als... Refuse. Refuse. What? Sie haben die Ladung entschärft. Ist egal, Bullet. Ne Bullet, wenn ich dir meinen Snapchat-Namen wisper, dann kriege ich ganze Dickpics. Und Schausick spammt mich damit schon voll. Er will sagt... Er sagt immer... Komm, schick mir auch mal eins. Bitte, bitte, bitte. Ich pushe dich auch auf YouTube. Und nicht so... Ne, 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 ne. Ich pushe dich auf YouTube. Überlegst du dir die Scheiße, die du da hast eigentlich vorher? Schreibst du da auf dem Blatt Papier und danach... Ne, das... Das glühlt einfach aus wie raus. Das glühlt einfach spontan, ne. Ja, okay. Dacht mir schon fast. Das passiert alles in meinem Kopf während ich rede. Das male ich mir in dem Moment aus, in dem es rauskommt. Hm. Wird nicht geprüft. Ungefiltert raus. Ne. Das gibt's ja nicht. Vielleicht schalte ich auch mal zu einer Stiftung Warentest ein. Ich krieg auch bei Stiftung Warentest immer nur die Bewertung befriedigend. Also das find ich gut, ne. Befriedigung ist das Wichtigste aber. Und du kriegst den hier trotzdem wieder sick, man. Schau's den weg. Meiner. Ey, ihr Wichser. Meiner. 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 Die alle am Schieben sind. Merk mich nicht immer. Meiner. Ich bin scheuert. Chilla, chilla. Chichi. Achso, Chichi. Ja. Er ist jetzt da. Na, ist okay. Ja, der hat vorhin gewunken. Ja. Weißt du, wenigstens schreibt er nicht GG Lederlappen. So wie der eine Wichser vom letzten Mal. Lederlappen. Der Teamshot ist real. Weißt du, und du rennst von der, weißt du, du rennst wieder von der Seite im Arx Rider rein. Auf dich schießt wieder keiner. Nö. Aber ich stehe am anderen Ende, der hört mich, mich klatschen sie direkt weg. Du hast die Ladung schaut. Bullshit. Nein. Der rennt da. Hey, der rennt zu anderen Bomben. Lass ihn mal defusionen, lass ihm so ein bisschen Hoffnung. Nein. Der ist zu anderen Bomben. Der kommt gar nicht. Der ist zu anderen Bomben gerannt. Okay. Das liegt. Schau nach Helga. Oh, der hat einen Rocket Launcher. Das finde ich hier echt hoch. Wie im Leben hat er das geschafft. Yo. Gleich nochmal gegrabt. Egal, Bombe geht hoch. Ja. Schau dich. Schau dich. Schau dich. Ja, schau dich. Ja, ich dachte, ich tanze einfach mal scheiß drauf. Aber sein Versuch war echt nicht schlecht, muss ich sagen. Also sein Versuch war richtig gut, ey. Da, dass ich es von mir abgeguckt bin und tanzen. Nice one. Der wäre cool gewesen. Phoenix. GG. Der letzte Versuch war ziemlich cool noch. Das hätte auch gut gehen können. Ist halt wieder mal typisch Bogen, ne? Ich meine, der Auto-Aim und so Treffer war nicht vorhanden. GG Jungs, gut gespielt. Ja, GG. Ja, war echt in Ordnung. Du bist nicht wie die anderen. Du zögerst nicht, wenn das Wurzel dich fällt. Nee, kann man nicht. Ah, nee. Die Bombe kannst du unter Beschuss defusen. Das machst du. Kannst gleich wieder ausschließen. Kannst, kannst sogar während du defused und... Oh, nee. Nee. Ich hab ne Maschine und Pistole gewirkt. Du bist warte noch. Ich will sterben. Warte, ich mach mal. Ich mach... Hab ich sie schon durch? Tschüss. Nein, du Arsch. Ich will sterben. Ich will sterben. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich da runter komm. Wie komm ich jetzt da runter auf die andere Plattform? Du begleitest den Tod. Du hüftest nicht vor ihm. Sei unwahrmherzig. Es ist so dumm. Ich join euch gleich wieder. Wartet mal kurz. Jetzt hab ich sogar noch das Impulsgewehr. Wenn das so weitergeht, hab ich bald alles. Ja, Platin, das kann... Weck, Platin, das kann sein. Äh, next hast du eigentlich mitbekommen, ob Prelier jetzt mit YouTube angefangen hat? Weil er wollte ja eigentlich so, dass nichts war. Ja, ja. Sorry, verfolge ich ihn nicht. Ja, du verfolgst sowieso niemanden, weil du denkst, du bist der einzige Deutsche, dass ein YouTuber mit Relevanz... ...abgehoben. Doch lösche den Funk. Sei unwahrmherzig. Und warte, ich geh mal. Ja, aus, du musst ein bisschen weiter... Kannst du's jetzt? Können wir? 3, 2, 1, 3... Nee, er muss sitzen. Oh, in den Treibsand. Nix, spring mal hoch. Spring mal hoch, nix. Ah, Junge. Ähm. Ja. Super. Ich kann euch hören. Jetzt hab ich... Wer steht hier noch? Mein Bruder ist zu weit und zu. Nein, du... Was? Ach, Bruder. Ja. Kann man, kann man mal machen, Spiel. Ja, sind wir. Ich hab nix zum töten dabei. Scheiße. Du hast ihn gefunden. Den dritten Schlüssel. Es lag die ganze Zeit vor dir. Es lag ein Messerschneider. Ich nehm einfach alle mit. Nix, ne? Nö, hast du den Loot abgeholt? Ah, noch mehr. Ich warte. Verloren für immer. Einfach. Ja, raus ist wie in einer langen Zeit, ne? Also, folgendes. Damit wir uns jetzt besser kennenlernen, weil wir jetzt wie wir in einer langen Zeit hier verbringen, erzähle ich, wie ich geboren wurde. Oh nein. Ich bin eh mehr. Ich bring mich immer nicht mehr. Ich bring mich immer nicht mehr. Nein. So, komm. Wir gehen in den Orbit. Habt ihr alles genommen? Warten, warte noch kurz. Wetten, es war eine sogenannte Arschgeburt. Wie sagt man so schön, man soll nicht von sich selber auf andere schließen, mein Guter.